Lieber Schnuffel, du bist Timmys Lieblingstäddy. Er hat dich sehr lieb. Manchmal beobachte ich euch beim Spielen. Dann spricht er mit dir, erklärt dir was, drückt dich. Wie echte Freunde halt. Du bist sein liebstes Stück. Lieblingstäddys gibt's jetzt bei Galeria Kaufhof. Und noch mehr ganz besondere Angebote. Liebste Stücke eben. In ihrer Galeria Kaufhof. Ich freu mich drauf.